Willkommen zum vierten Teil des Themas Typografie. Und wir steckten mittendrin schon in der Schriftartenauswahl, also darin ein paar Eigenarten, Kriterien, uns zu überlegen, wann wir welche Schrift, warum, wie verwenden können. Wir haben ja schon über Auflösung gesprochen, wir haben über Unterscheidbarkeit einzelner Buchstaben beim letzten Mal gesprochen. Und es gibt noch ein paar Sachen mehr, die mir zu beachten gilt. Und eine der eigentlich nie erwähnten Probleme bestimmter Schriftarten ist die der Ligaturen. Was ist das denn? Ligaturen. Schaut euch mal diese beiden Worte oben an, oder beziehungsweise diese beiden Schriftarten, in denen jeweils das Wort Awe, die drei Buchstaben A, V, E hintereinander geschrieben wurden. Jetzt drei Großbuchstaben, aber das soll mal in Moment egal sein. Und schaut mal, was unterscheidet denn das linke vom rechten? Wenn ihr links guckt, dann sieht das irgendwie richtig aus. Also die Buchstaben scheinen den richtigen Abstand zu haben. Während auf der rechten Seite es optisch einen zu großen Abstand gibt zwischen dem A und dem V. Das stört. Da ist irgendwie, stimmt da was nicht an dieser Stelle. Und das liegt daran, dass diese Buchstaben so weit herüberreichen. Das heißt, das A, das reicht ja auf der rechten unteren Seite so weit rüber und das V auf der linken oberen Seite so weit rüber. Und dadurch, wenn man da jetzt noch einen Abstand dazwischen lässt, dann sind die Parallelen relativ weit auseinander, obwohl technisch gesehen, wenn man ein Recht drum herum zeichnet hat, die Buchstaben eigentlich relativ nah aneinander stehen. Und das gilt es zu vermeiden, denn diesen Abstand, den sieht man. Und um das vermeiden zu können, macht man eine sogenannte Unterschneidung. Das heißt, man rückt die Buchstaben näher aneinander, man lässt die Rechtecke zueinander überlappen. Und das können wir uns hier mal gut angucken. Schaut auch mal, wie das aussieht. Die rechte Begrenzung des A liegt hier und die linke Begrenzung des V liegt da. Also das ist diese Unterschneidung. Das haben wir auf der rechten Seite nicht. Die rechte Begrenzung des A ist hier und die linke Begrenzung des V ist dort. Solche Unterschneidungen sollte man auf jeden Fall machen. Und das machen auch alle modernen Schriftensysteme. Und die Schriften selber müssen das auch vorsehen, dass das auch so funktioniert. Das ist hier auf der linken Seite bei dieser Arealschrift gemacht worden, während es auf der rechten Seite bei Comic Sans nicht gemacht wurde. Und deswegen entsteht hier dieses Problem. Das Problem, was entstehen kann, wenn man das macht, sehen wir unten. Da unten sehen wir nämlich das Wort fit und das Wort flach. Und da wurde auch diese Unterschneidung gemacht. Warum wurde die gemacht? Das F reicht weit nach rechts herüber. Und wenn man diese Unterschneidung nicht machen würde, dann würde zwischen dem F und dem I und dem F und dem L eine unnatürlich große Lücke entstehen. Und es gäbe wieder das Problem, was wir bei A-Wörder hatten. Nur das Problem ist jetzt, dass jetzt eine Berührung entsteht. Also die Buchstaben berühren sich. Der Punkt vom I scheint direkt am F zu hängen. Und das L und das F, die überlappen sich sogar total. Also die hängen oben aneinander. Und das ist etwas, was man vermeiden sollte. Und in der Typografie kann man das auch vermeiden. Dadurch, dass es zusätzliche Typen gibt. Es gibt Typen von Buchstaben, die aneinander stehen und die zusätzlich gesetzt wurden. Im Druck kann ja sowas gar nicht passieren, wie das, was wir da haben. Dieses FI, sowas geht ja gar nicht. Das AVE geht, da hätte man nämlich den Kegel schräg angeschliffen, sodass die aneinander stoßen können und dann näher aneinander rücken. Aber bei dem FI, das passiert ja so gar nicht. Deswegen hatte man im Druck Extra-Typen, die dafür sorgten, dass das nicht passierte. Dass man die Buchstaben aneinander rücken kann. Und dann hat man aber ein Extra-Zeichen erzeugt. Und das sehen wir hier bei dem Wort Dach-First. Das ist eine Ligatur, eine Zusammenziehung von zwei Buchstaben zu einer Type. So, das ist richtig. Das zu machen ist korrekt. Und sollte man auch machen, wenn man solche Schriftarten verwendet. Das Problem ist, dass die deutsche Sprache in den Regeln für Ligaturen ziemlich kompliziert ist. Diese Schreibweise ist korrekt. Aber diese ist es nicht. Warum? Im Deutschen ist die Regel so, dass man eine Ligatur nur innerhalb einer Silbe macht. Und das ist hier kein Problem, denn es heißt ja Dach-First. Man kann also so trennen vor der Ligatur. Ich kann aber unten das nicht machen. Es heißt ja nicht Kaufinteresse, sondern es heißt ja Kaufinteresse. Wenn also die Silbentrennung innerhalb dieser Ligatur liegt oder innerhalb dieser beiden Buchstaben, dann ist das im Deutschen falsch. Und dann hätte man etwas anderes gemacht. Man hätte die Buchstaben normal gesetzt und hätte einen etwas größeren Abstand dazwischen eigentlich setzen müssen, der dann dafür sorgt, dass diese beiden Buchstaben an dieser Stelle nicht aneinanderstoßen. Ich kenne kein System am Computer, zumindest von den, sagen wir mal, nicht professionellen Satzsystemen. Also zum Beispiel Word macht es falsch. Auch die ganzen Präsentationsprogramme machen es falsch. Das heißt, die setzen dann trotzdem diese Ligatur an dieser Stelle, obwohl sie im Deutschen hier nicht richtig ist. Was können wir machen, um dieses Ligaturproblem zu lösen? Wir können eine serifenlose Schrift verwenden. Und eine serifenlose Schrift, wie hier Areal, hat dieses Problem nicht. Guckt mal, bei Kaufinteresse, da stoßen das F und das I nicht aneinander. Denn es ist bei den serifenlosen Schriften so, dass so ein Buchstabe wie ein F nicht in einen solchen Tropfen endet, wie man das genannt hatte. Also das sehen wir hier oder wir müssen hier hingucken. Das F, wo das F endet, endet ja auch in so einer Kugel. Das nennt man einen Tropfen. Und das tut es bei serifenlosen Schriften eben nicht. Und deswegen haben wir diese Notwendigkeit gar nicht. Es gibt, Obacht, serifenlose Schriften, die Ligaturen haben. Das heißt, in einigen Systemen werden dann trotzdem Ligaturen gesetzt für Vieh oder sowas oder Fl. Das Problem kann man vermeiden, wenn man ein System hat, in dem man das ausschalten kann. Also hier in diesem Apple Keynote ist es zum Beispiel so, dass die Ligaturen erstmal eingeschaltet sind, dass man sie ausschalten kann. Und das sollte man bei solchen serifenlosen Schriften dann auch machen, wenn die diese falschen Ligaturen dann verwenden. Es gibt auch Serifenschriften, die das Problem nicht haben. Also wenn ihr unten die Schrift mal anguckt, das ist Liberation Serif. Das ist eine Serifenschriftart, die mit LibreOffice ausgeliefert wird. Also eine offene Schriftart, die man frei verwenden darf. Und ihr seht hier viele Serifen. Diese Schriftart hat viele Serifen, aber sie hat zum einen keine Tropfen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und es gibt keine so überhängenden Elemente. Also guckt das bei F und L an. Das ist überhaupt kein Problem. Die überlappen sich nicht. Und auch bei F und I haben wir überhaupt kein Problem. Denn das F hält sich schmal, sagen wir mal so. Also dann kann man natürlich auch dieses Problem vermeiden, wenn man da eine entsprechende Schrift hat. Ist allerdings eine der wenigen Serifenschriftarten, die dieses Problem nicht haben. Aber wenn, warum nicht, finde die Schriftart auch durchaus ansehnlich. Und sie ist auch in Fließtexten sehr gut lesbar. Jetzt ist die große Frage, was schließen wir daraus? Klassischerweise heißt es, man sollte am Bildschirm serifenlose Schriften verwenden. Warum heißt es das? Das ist meistens noch zurückzuführen auf das, was ich im letzten Video hatte mit dem Treppeneffekt. Dass man den Treppeneffekt stärker vermeidet, wenn man serifenlose Schriften verwendet. Und auch dieses Problem mit den kleinen Schriften und dem Pixelbrei dann vermeidet. Gut. Das Problem haben wir heute gar nicht mehr so oft. Denn wir verwenden erstmal selten so niedrig auflösende Monitore. Oder wenn doch, dann haben wir meistens Anti-Aliasing-Techniken, die uns helfen. Also wir haben nicht die Notwendigkeit, wirklich nur monochrom, schwarz und weiß Text darzustellen. Selten zumindest. Es gibt aber Anzeigen, auf denen das notwendig ist. Vor allen Dingen an einfacheren Geräten. Denkt mal daran, es gibt ja zum Beispiel auch Steuergeräte für Industrieanlagen oder so. Und warum sollte man da so ein High-End-Display verwenden? Das ist ja überhaupt nicht notwendig. Und da könnte es mal sein, dass man diese Notwendigkeit doch noch hat. Gut. Das wäre ein Argument für die serifenlosen Schriften. Aber es gibt auch noch andere Argumente. Nämlich serifenlose Schriften haben weniger dünne Linien. Das ist ein Vorteil, weil das Phänomen des Überstrahlens nicht so stark ist. Das habe ich jetzt hier gar nicht erläutert, weil es auch heute nicht mehr so ganz wichtig ist. Aber es kann passieren, dass, gerade wenn man noch Röhrenmonitore verwenden sollte, aber es passiert auch an LC-Displays, dass das Weiße in das Schwarze so ein bisschen hineinwandert. Und dadurch werden dünne Linien noch dünner, bis hin sogar so dünn, dass man sie gar nicht mehr erkennen kann. Und das ist natürlich auch etwas, was es zu vermeiden gilt. Dann haben wir das, dass wir im GUI-Design nicht lange Texte lesen. Und der Vorteil von Serifenschriften liegt vor allen Dingen im Lesen von langen Texten. Da werden wir drauf kommen, wenn ich darüber spreche, wie man ausrichtet. Dann geht es darum, dass diese Serifen unten an den Buchstaben vor allen Dingen dafür sorgen, dass man eine Linie sieht, eine stärkere Grundlinie. Die wird stärker sichtbar. Und diesen Vorteil, den haben wir bei serifenlosen Schriften nicht. Der ist aber auch vor allen Dingen dann wichtig, wenn wir lange Texte lesen. Und dann ist das erst ein großer Vorteil. Es gibt ein anderes Argument für Serifenschriften, nämlich den gleichmäßigeren Grauwert. Da kann man sagen, wenn ich jetzt etwas weiter weg und einfach mal drauf gucke auf den Text, dann sollte das eigentlich gleichmäßig grau aussehen. Es sollten nicht irgendwie Flecken entstehen, helle oder dunklere Stellen. Das ist stärker so, wenn ich eine serifenlose Schrift verwende. Die Serifen sorgen dafür, dass es einen gleichmäßigeren Schwarzanteil auf der Fläche gibt. Das ist aber auch etwas, was eher für längere Fließtexte von Interesse ist und weniger für so kurze Beschreibungstexte oder so, wie wir sie häufig in der Nutzungsschnittstelle haben. Das wichtigste Argument finde ich aber eigentlich, dass diese serifenlosen Schriften einfach unkomplizierter sind. Also sie sind leichter darstellbar und so weiter und so fort. Und sie haben auch diese Typografiebesonderheiten wie Ligaturen nicht oder brauchen sie zumindest nicht. Und dadurch würde ich eigentlich immer sagen, ja, serifenlose Schriften am Bildschirm ist immer noch eine gute Empfehlung. Aber teilweise aus anderen Begründungen als die, die man früher angeführt hat. Oder zumindest auch noch aus zusätzlichen Begründungen. Zudem muss man auch sagen, es ist üblich. Es ist einfach heute normal, dass man serifenlose Schriften am Bildschirm verwendet. Und es gibt keine Notwendigkeit, das zu ändern. Es gibt keinen wirklich guten Grund, der für Serifenschriften Geld ersprechen würde. Und es kommt noch dazu, aber da sind wir eher im Modischen unterwegs, dass serifenlose Schriften heute allgemein beliebter sind und als moderner gelten. Und wenn man eine Serifenschrift verwendet, dann kommt man immer so ein bisschen ins klassische Metier hinein. Dass man eher sagen will, ich will etwas altmodischer wirken. Nicht ganz so, als wenn man so eine gebrochene Schrift, so eine gotische Schriftart oder sowas verwendet. Aber es geht schon in die Richtung. Was haben wir denn für Schriften? Was sollten wir denn für Schriften nehmen? Da kann man eigentlich mal als erstes sagen, ja mit der Systemschrift bin ich schon mal ganz gut bedient. Also wenn ich eine Software für ein bestimmtes Betriebssystem gestalte, dann ist es eigentlich eine gute Idee, auch die Systemschriftart zu übernehmen und nicht zu ändern. Denn die Systemschriftarten, die heute verwendet werden, sind ziemlich gut. Schaut euch das mal hier an. Ich habe hier mal drei Systeme mir rausgesucht. Einmal Apple, einmal Microsoft, also Windows ist damit gemeint. Oben ist macOS 10 gemeint oder macOS allgemein. Und rechts haben wir nochmal Android. Und das sind mehrere Schriften teilweise angegeben. Das sind verschiedene Generationen der Betriebssysteme. Apple hat lange Zeit die Schriftart Lucida Grand verwendet. Ich habe, glaube ich, in einem anderen Video mal Lucidia gesagt. Lucida heißt sie wohl. Lucida Grand verwendet. Das ist eine Schriftart, die angenehm lesbar ist. Eine serifenlose Schriftart, die gut lesbar ist. Dann ist man übergegangen zur Schriftart Helvetica. Allerdings nicht in der Fassung, wie sie hier zu sehen ist, sondern in einer schmalen Fassung. Das kam vor allen Dingen, als das Flat-Design so beliebt wurde, kam erst am iPhone und dann auch am Mac diese Schriftart in der schmalen Fassung. Die Schriftart Helvetica ist durchaus auch eine empfehlenswerte Schriftart. Es spricht eigentlich nichts gegen sie. Sie ist ein bisschen langweilig. Die schmale Variante, die verwendet wurde von Apple, würde ich persönlich nicht empfehlen. Denn sie ist wirklich sehr dünn. Und jeder, der ein bisschen eine Fehlsichtigkeit hat, kann Schwierigkeiten damit kriegen, das noch richtig zu sehen. Mittlerweile ist bei Apple die Schriftart San Francisco die Systemschriftart. Die auch nur auf Mac-Systemen tatsächlich so zur Verfügung steht. Also man kann sie natürlich runterladen, darf es aber dann der Lizenz entsprechend nur, um damit zu testen, wie die Schrift entsprechend wirkt. Man darf sie also nicht selber vertreiben mit seiner Software und vor allen Dingen nicht außerhalb von der Apple-Welt. Das ist etwas, mit dem wir uns, glaube ich, hier nicht beschäftigen müssen und auch nicht beschäftigen wollen. Wie sieht es bei Microsoft aus? Microsoft hatte lange Zeit früher mal Times tatsächlich als Systemschrift. Das war allerdings noch zu Windows 3.11-Zeiten und ist hinterher dazu übergegangen, die Schriftart Tahoma zu nehmen. Microsoft hat ein großes Department, zumindest gab es, ich bin mir nicht sicher, ob sie das noch haben, in dem Schriften entwickelt wurden und zwar extra Bildschirmschriften. Da gehört Tahoma dazu, aber auch zum Beispiel die Schriftart Verdana gehört dazu. Tahoma und Verdana sind sicher sehr ähnlich. Verdana ist quasi ein breiteres Tahoma. Und diese Schriften wurden seinerzeit, das war noch in den 90er Jahren, entwickelt und sind extra angepasst worden für eine gute Darstellung auf den damaligen Bildschirmtechnologien. Das heißt, das sind richtige für den Bildschirm entwickelte Schriften. Dann ist man übergegangen und hat, ich bin mir nicht mehr sicher, bei welchem Betriebssystem, ich glaube, es war Windows 8, ich bin mir aber nicht sicher, diese Schriftart hier verwendet. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, die heißt SIGI, SIGI UI. Wie man das ausspricht, ist ja ein bisschen fraglich, aber diese Schriftart ist auch eine sehr angenehme Bildschirmschriftart, die Microsoft sich da ausgesucht hat. Und rechts sehen wir noch die Standardschriftart von Android. Auch das eine sehr gut lesbare Schriftart am Bildschirm. Und die hat mal wieder den Vorteil, dadurch, dass Android ja größtenteils unter Open Source Lizenz steht, dass man diese Schriftart sich einfach installieren kann oder auch mit ausliefern kann mit einer Software. Also wenn man die Notwendigkeit sieht, weil man zum Beispiel eine Web-Anwendung baut oder weil man meint, eine eigene Schriftart mitliefern zu müssen, weil einem die Systemschriftart nicht gefällt. Oder man möchte, dass es auf verschiedenen Systemen genau die gleiche Schrift hat, obwohl man einmal Windows, einmal Mac, einmal Linux, einmal was weiß ich was verwendet. Dann kann man diese Schriftart mit dem Namen Roboto sich herunterladen und mit ausliefern. Das ist kein Problem. Man muss das im Zweifelsfalle in einer Lizenzdatei angeben. Da muss man mal genau in die Lizenz hineingucken, die hier dahinter steckt. Da bin ich mir an dieser Stelle nicht sicher. Aber zu Lizenzen sage ich gleich nochmal ein Wort. Es gibt noch weitere übliche Schriften, die gut in der Bildschirmdarstellung geeignet sind. Und ich möchte hier mal kurz einige erwähnen. Calibri ist quasi die Standardschriftart von Microsoft Office. Zum Beispiel auch in PowerPoint die Standardschriftart. Und auch eine sehr schöne Schriftart, finde ich, die man durchaus in Bildschirmdarstellung gerne verwenden kann. Comic Sans habe ich schon mal angesprochen. Ja, es ist eigentlich gar nicht die schlechteste Schriftart überhaupt oder so. Das kann man nicht sagen. Aber eine Zeit lang wurde sie viel zu viel verwendet. Und sie ist verpönt. Denn es gilt so als billig. Wenn ich irgendwie, ach ja, so ein bisschen Lockerheit darstellen will, dann habe ich was in Comic Sans gemacht. Ich würde sagen, Comic Sans ist als Schriftart im User Interface wenig geeignet. Es wurde für Sprechblasen entwickelt, so wie man das da rechts oben sieht. Und dafür ist es vielleicht okay. Dann gibt es die beiden Schriftarten Helvetica und Areal. Und ihr seht, das Helvetica ist in Helvetica geschrieben und das Areal ist in Areal geschrieben. Und auf den ersten Blick sieht man gar keinen Unterschied. Diese beiden Schriftarten sind sich echt sehr ähnlich. Helvetica ist eine Schriftart, die es schon sehr lange gibt, die bei Apple dann auch Verwendung fand und mit Apple-Betriebssystemen ausgeliefert wurde. Apple hatte die entsprechende Lizenz gekauft. Microsoft wollte diese Lizenz wohl nicht kaufen oder hat sie zumindest nicht gekauft und hat die Schriftart Helvetica nachbauen lassen oder selbst nachgebaut. Ich weiß nicht genau, wie es dazu passiert, wie es dazu gekommen ist. Und es gibt tatsächlich Unterschiede. Und ich sage euch mal einen, guckt mal das A an. Das A bei Helvetica hat hinten so eine, führt so ein bisschen nochmal nach oben. Während das A bei Areal das nicht tut. Das führt gerade in einem Stumpf nach unten. Das ist einer der wenigen Unterschiede zwischen Areal und Helvetica. Die allermeisten Leute werden den Unterschied gar nicht sehen können, zumal wenn die Buchstaben auch noch kleiner sind und wenn ganze Texte damit geschrieben sind, sowieso nicht. Ja, Tahoma habe ich eben schon mal erwähnt. Und Verdana, das sind die Microsoft-Schriftarten oder zwei der Microsoft-Schriftarten, die man natürlich ohne weiteres verwenden kann, wenn sie auf dem System vorhanden sind. Sind sie aber auch auf den allermeisten Systemen, zumindest im Bereich von Windows und Macintosh. Im Linux-Bereich bin ich mir nicht sicher. Es gab mal so ein Projekt, wo diese Schriftarten als Web-Standardschriftarten angeboten wurden. Und dann waren sie auch bei Linux-Systemen vorhanden und konnten vor allen Dingen frei heruntergeladen werden dafür. Das Projekt ist aber eingestellt worden, aber man findet die natürlich noch überall. Aber naja, gut, bin mir jetzt auch nicht sehr sicher, ob man davon unbedingt ausgehen kann. Aber wenn man vor allen Dingen für Windows entwickelt, dann hat man überhaupt gar kein Problem, an dieser Stelle diese Schriftarten einfach zu verwenden. Unten sehen wir noch was Interessantes, nämlich auf der linken Seite einmal die drei alten Standardschriftarten, Arial, Times New Roman und Courier New, die drei Standardschriftarten von Windows klassischerweise. Und die sind natürlich lizenzrechtlich geschützt. Die sind zwar so verfügbar, so breit verfügbar, dass man sie fast überall anwenden kann, aber mitliefern mit seiner Software darf man sie jetzt auch nicht, denn die gehören jemandem. Es hat jemand Lizenzrechte daran und Microsoft oder Apple oder wer immer sie vertreibt, der hat diese Lizenzrechte erworben, aber deswegen dürft ihr das nicht einfach tun. Wenn ihr eine Software habt, dürft ihr nicht einfach diese Software, diese Fonts mitverbreiten. Ihr könnt sie natürlich verwenden, wenn ihr davon ausgeht, dass sie auf dem Betriebssystem schon vorhanden sein werden, aber einfach mitverbreiten dürft ihr sie nicht. Dann gibt es aber da diese Liberation-Schriftarten. Ich habe vorhin schon mal, im letzten Video war es, über die Schriftart Liberation Mono gesprochen und in diesem über Liberation Serif. Das ist ja die Serifenschriftart ohne die Tropfen an den Enden. Times New hat die, aber Liberation Serif hat die nicht. Aber was ist das Interessante an diesen drei Schriften? Die sind so gestaltet worden, dass sie von der Buchstabenhöhe und Buchstabenbreite genau Areal Times New Roman und Korea New entsprechen. Das heißt, wenn ihr einen Text habt, der in Areal gesetzt ist und in Areal genau auf die Seite passt oder so, dann passt der auch in Liberation Sons und entsprechend bei den anderen Schriftarten. Das ist die Idee dahinter gewesen, diese Schriftarten quasi als Ersatzschriftarten zu sehen und die dann auch immer in der Länge und Höhe passen. Das ist natürlich eine interessante Eigenschaft, die man im Kopf haben sollte. Interessant ist hier, wichtig kann man nicht sagen, aber interessant ist vor allen Dingen, finde ich, auch Liberation Mono. Also wenn man eine Monospace-Schrift braucht, also wo die Buchstaben alle gleich breit sind, die Liberation Mono ist doch erheblich besser als diese Korea New. Die hat nämlich viel zu dünne Linien, diese Schriftart und ist dadurch an Bildschirmen, in der Bildschirmdarstellung eigentlich gar nicht besonders schön, auch nicht, wenn sie klein ist. Die Liberation Mono ist da erheblich besser gestaltet worden an dieser Stelle. Ein letztes Wort noch, wo kann ich denn andere Schriftarten finden? Und eine Warnung an dieser Stelle. Schriftarten sind urheberrechtlich geschützt. Das heißt, eine Schriftart ist letztendlich wie ein Bild, eine Art Kunstwerk. Und jemand, der eine Schriftart erzeugt, der hat die Urheberrechte an dieser Schriftart. Und man darf eine Schriftart deswegen nicht einfach so kopieren und mit seiner Software ausliefern, nur weil man sie selber hat. Wenn man eine Schriftart erworben hat, man kann ja Schriftarten in großen Paketen erwerben, zum Beispiel auch bei Adobe kaufen oder sie sind vielleicht bei einem Grafiksystem dabei gewesen oder bei einer Textverarbeitung, dann heißt das nicht, dass ihr das Recht habt, diese Schriftartendatei mit eurer Software zu vertreiben. Ihr habt dann nur das Recht an der Nutzung dieser Schriftart erworben. Das heißt, ihr könnt damit Texte schreiben, ihr könnt die auf so eine Präsentation setzen, könnt diese Präsentation auch veröffentlichen, könnt die Texte groß ausdrucken und Plakate damit machen. Das habt ihr erworben, das habt ihr mit der Software erworben. Aber, dass ihr diese Schriftartendatei dadurch selber wieder mitverbreiten dürft, das habt ihr nicht erworben, dieses Recht habt ihr nicht eingeräumt bekommen. Und das ist wichtig. Das kann natürlich zu Problemen führen, wenn man da Schindler mit betreibt. Deswegen ist es wichtig, dass man entweder die Lizenzen tatsächlich erwirbt, das ist natürlich eine plausible Möglichkeit und auch eine gute Möglichkeit, gerade wenn man kommerzielle Software erzeugt, oder aber, dass man Schriften verwendet, die eine Lizenz haben, bei denen man die Schriftarten mitverbreiten darf. Und eine Möglichkeit, solche zu finden, ist Google Fonts. Das ist eine große Schriftartenbibliothek, in der man nach bestimmten Kriterien die Schriftarten auswählen kann, dann kriegt man sie angeboten und kann die dann verwenden. Eine Idee von Google Fonts ist, dass man so einen kleinen Schnipsel HTML hat, wo der Font eingebunden wird, das baut man sich in seine HTML-Seiten ein oder in seine Web-Anwendungen halt ein, das ist ja auch in HTML, und hat dann diese Schriftart automatisch verfügbar. Das ist ein datenschutzrechtlich kritisches Ding. Denn wenn ich das mache, wenn ich die Schriftart so einbinde, dann wird bei jedem Aufruf eurer Website auch bei Google dieser Font geladen. Und damit kann Google, ob sie es machen, weiß man nicht, aber sie könnten Daten sammeln. Denn jedes Mal gibt es einen Zugriff auf ihre Server. Und wenn sie dann vor der gleichen IP-Adresse auch noch zum Beispiel einen auf dem Google-Server haben, dann wissen sie, dass dieser Nutzer der Google-Dienste auch diese und diese Website benutzt hat. Könnten sie zumindest wissen, wenn sie diese Daten kombinieren. Deswegen würde ich hier eher empfehlen, die Fonts herunterzuladen und mit einzubinden in eure Software. Denkt dran, guckt da mal in die Lizenz. Es wird immer auch eine Lizenzdatei mit heruntergeladen. Es kann sein, dass ihr diesen Font und den Urheber des Fonts irgendwo erwähnen müsst über diese Anwendung oder irgendwo im Impressum, wenn es im Web ist. Das ist wichtig, weil man möchte ja nicht eigentlich in der Lage sein oder in der Position sein, dass man eine Software, nicht eine Software, einen Font illegal verwendet. Diese Darstellung von Google Fonts ist eine etwas ältere. Das sieht mittlerweile anders aus. Aber die Auswahl von Schriftfamilien ist immer noch die gleiche. Und das wird hier Categories genannt. Und da möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, nämlich eine Missverständlichkeit, die man da drin haben kann. Schaut mal, was es hier gibt. Es gibt hier Serif sans Serif. Ich weiß nicht, Serif sans Serif. Also mal wird es Englisch, mal Französisch ausgesprochen. Serifen Schriftarten, serifenlose Schriftarten. Lassen wir es gleich dabei. Dann steht da Display, Handwriting und Monospace. Monospace habe ich vorhin gesprochen. Handwriting, habe ich gesagt, ist für uns nicht interessant. Display. Display Schriftarten sind nicht Schriftarten für Bildschirme. Also lasst euch damit nicht in die Irre leiten, sondern Display Schriftarten sind Schriftarten, die darauf ausgelegt sind, dass man sie möglichst groß druckt oder groß anzeigt. Es geht also um Schilder. Also Schriftarten für Beschilderungen, wie sie zum Beispiel bei der Bahn sind, wo der Name des Bahnhofs groß steht. Das sind Display Schriftarten. Bei Display Schriftarten wird besonders darauf Wert gelegt, dass wenn sie besonders groß sind, sie deswegen nicht besonders fett und breit wirken, sondern dann eher wiederum dünner. Also groß, aber nicht aufdringlich. Das ist etwas, was wir in der Bildschirmgestaltung überhaupt nicht brauchen. Das heißt, Display kann einen in die falsche Richtung führen. Das bitte bedenken, dass er das nicht macht, den Fehler nicht macht, diese Schriften dann quasi versehentlich zu verwenden.